Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Freien Wähler sind mit diesem Antrag auf revolutionären Faden unterwegs. Man könnte fast sagen, dieser Tagesordnungspunkt könnte unter dem Titel stehen, seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche. Sein Zitat von Che Guevara. Und ich will Ihnen auch erklären, warum das so gut passt zu dieser Debatte. Denn heute, und wir haben ja gerade gemerkt, dass eigentlich alle diesem Inhalt und diesem Antrag zustimmen, aber nicht zustimmen. Und ich will jetzt versuchen, Ihre revolutionäre Kraft zu wecken. Ihre revolutionäre Kraft zu wecken für dieses Thema, weil das Schöne ist, mit Kommandante Zeschmann an der Spitze, können wir hier endlich ganz konkret etwas für die erneuerbaren Energien tun und hier tatsächlich die Menschen entlasten von Bürokratie. Und das kostet uns nicht mal was. Und wir könnten, es hier einfach gemeinsam heute leisten. Deswegen geben Sie sich einen Ruck. Denn, ich sage Ihnen es deshalb, mit Kommandante Zeschmann an der Spitze, könnten wir die Balkonkraftwerke, die nämlich eigentlich einen anderen Namen haben, den ich natürlich viel schöner finde, nämlich die heißen Guerilla-PV. Guerilla-PV, warum? Weil jeder von uns, jeder und jeder, der sich das leisten kann, kann sich eine solche Anlage einfach an den Balkon hängen. Und das passiert ja schon. Im Übrigen, egal, was auf Bundesebene beschlossen wird oder nicht, an der Stelle will ich auch mal sagen. Deshalb passiert das schon. Was tun die Menschen damit? Erstens, sie versorgen sich selbst. Sie machen sich unabhängiger von den Netzbetreibern, von den Stromkonzernen. Das begrüßen wir. Und natürlich geht es am Ende auch darum, dass wir die Umwelt schützen wollen. Und deshalb Guerilla-PV. Deutsch, in Deutschland, die revolutionären Kräfte sind natürlich etwas, ich sage mal, in der Defensive, so will ich es mal bezeichnen. Da heißt es natürlich kein Guerilla-PV, sondern steckerfertige Erzeugungsanlage. Und deshalb sage ich Ihnen, egal wie wir es nennen, wir brauchen hier die Regelungen, die die Freien Wähler vorgeschlagen haben und auch unsere Regelungen, um dieser Revolution tatsächlich zum, oder dieser Revolution Nachdruck zu verleihen. Und ich sage Ihnen auch, ich sage Ihnen auch, warum wir, ich sage Ihnen auch, ja, Herr Keller, auch für Sie, weil nämlich das Problem ist, es wurde jetzt viel über Zähler mit Rücklaufsperre gesprochen, die das Problem tatsächlich deutlich stärker noch zutage fördern. Was natürlich helfen würde an der Stelle, wären Kleinspeicher. Jetzt kann ich sagen, gerade mit den Grünen an der Landesregierung wurde ja das Kleinspeicherprogramm leider abgeschafft. Also insofern haben Sie diese Revolution da einen Bärendienst geleistet. Deswegen sollten Sie wenigstens diesem Antrag hier heute zustimmen, um die Guerilla-PV wirklich flächendeckend zu organisieren, weil auch ohne Förderung wird es am Ende auch nicht funktionieren. Und deshalb habe ich auch für Sie ein schönes Zitat, liebe grüne Fraktion, auch von Che Guevara. Eine Revolution ist wie ein Fahrrad. Rollt sie nicht vorwärts und bleibt sie stehen, fällt sie um. Deshalb stimmen Sie diesem Antrag zu. Und wissen Sie, diese Revolution ist nicht etwas, was nur der Kommandante Zeschmann sich ausgedacht hat oder die Linksfraktion, sondern diese Revolution hat eine Massenbasis. Eine Massenbasis, über die wir schon gesprochen haben heute. Es ist der VDE, darüber wurde heute gesprochen, also nun wirklich kein bekannter sozialistischer oder kubanischer oder sonst wie Verein, sondern einer der größten Verbände, Frau Kornmeister, Herr Zeschmann, sind darauf eingegangen. Nicht nur der VDE, sondern auch die Bundesregierung bewegt sich ja an der Stelle. Aber es ist doch auch ein gutes Zeichen, wenn wir uns hier noch weiter bewegen, weil es gibt natürlich etwas und da ist es so, da braucht es dann doch die Linke, liebe Freie Wähler. Deshalb unser Entschließungsantrag auch bei diesem Thema. Da haben wir, denke ich, schon noch ein paar Kompetenzen. Denn diese Revolution wird nicht nur durch Bürokratie gestoppt, sondern wichtig ist bei einer solchen Revolution auch immer die Eigentumsfrage. Und hier die Eigentumsfrage ist entscheidend, weil nämlich Mieterinnen und Mieter können nicht einfach so, können nicht einfach so, ich komme gleich zu den Eigentumswohnungen, können nicht einfach so die Balkonkraftwerke ranhängen, sondern brauchen die Zustimmung ihrer Vermieter. Richtig. Wenn Sie aber Eigentümer sind, können Sie das selber machen. Problem ist nur, wenn Sie mehrere Eigentümerinnen und Eigentümer haben, dann müssen alle zustimmen. Ehe man das hinkriegt, wird es schwierig. Es gab sogar dafür eine Initiative von acht Bundesjustizministerinnen und Ministern im letzten Jahr hier das Wohnungseigentumsrecht und das Mietrecht des Bundesgesetzbuches zu ändern und diese Norm festzuschreiben. Leider ohne die brandenburgische Justizministerin. Das finde ich schade. Deshalb hier nochmal unser Entschließungsantrag. Auch Frau Hoffmann kann hier revolutionäre Taten vollbringen für die Energiewende. Und als letzter Punkt, als letzter Punkt, um hier das auch deutlich zu machen. Ich finde, auch eine solche PV-Anlage, auch wenn die Preise schon deutlich gesunken sind, wollen wir natürlich hier die Basis verbreitern. Und deshalb denke ich, geht es auch darum, dass wir hier Förderprogramme brauchen. Mecklenburg-Vorpommern hat eins, Schleswig-Holstein hat ein Förderprogramm für Balkonkraftwerke, für Guerilla-PV. Auch hier hatten wir verschiedene Anträge. Wir haben das Brandenburg-Paket. Lassen Sie uns also hier die Mittel dafür nutzen. Lassen Sie uns hier die Mittel dafür nutzen, hier ein Förderprogramm aufzulegen. Das wäre ein richtiger Weg. Und deshalb will ich enden mit einem Zitat, auch von Che Guevara. Worte, die nicht mit Taten übereinstimmen, sind unwichtig. Und deshalb stimmen Sie bitte beiden Anträgen heute zu. Vielen Dank.